wir sind heute bei volwot die haben eine riesen auswahl hier haben die kleinen speedy knatterblitze silberknallteufel und nikobin richtig cool die aus dem netto bezüglich aus norma haben sie auch die coolen großen packs alles für 2,50 die hummeln auch 2,50 die fontaine von nico 7 euro das ist schon mal eine ansage tischfeierwerk was kostet das auch 5 euro mittlerweile schon die haben glaube ich immer 3 gekostet auch 2,50 knallerbsen kann man sogar sehen ganz kleinen sitz wilde kids für 5 euro was haben wir jetzt hier kinderkracher von nico das haben wir auch schon gekauft das ist auch ein richtig tolles set mittlerweile 8 euro haben sie jetzt hier von leslie noch ein richtig schönes für 9 euro ist auch richtig was drin ne redbully crackling bälle kann man gar nicht sehen ne schlecht aufgelistet leider aber trotzdem cut 1 für 9 euro ist ok hier ist noch ein bisschen tischfeuerwerk da haben sie hier noch ein größeres von nico zwergenaufstand ja das ist auch ein richtig cooles set das habe ich auch schon ein paar mal geholt 12 euro der preis ist aber ok meine güte ich glaube sonst haben die 10er oder so gekostet ne und das set ist halt komplett voll da ist für jeden was dabei ne also für die kids echt ein tolles set definitiv haben wir jetzt noch ein ganz großes set cool krokodil 313 sachen drinne von leslie das ist auch echt cool ist auch ganz bunt gemischt ne paar kleine fontänen da sind das knallerbsen ganz viele ist schon ok kann man auch mal machen party popper da unten noch drinne also an sich nicht schlecht guck dir das an einmal gesamtübersicht also wirklich richtig richtig viel ne bei boybird haut rein